Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3 und ich habe meinen Spielstand verändert mit so einem Tutorial im Internet und jetzt klappt das. Hier sind Tutorials, die ich umgehen kann. So, Karte aktualisiert. Was? So. Seine Regierung heißt es gut, dass er eine Affäre mit einer Asari Dichterin hat? Nein, sie würde ihn feuern, wenn es publik würde. Diese Kultur ist ziemlich paradox. Was sie nicht sagen. Jetzt gucke ich nach, was das zweite ist genau. Wie ist denn da nochmal? Botschaft da. Hanna, oh, 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 oh. Hanna, oh, oh, oh. Hanna, oh, 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 oh. Hanna, oh, 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 oh. Da. Hanna, Diplomat. Ach ja, wie schön LTE ist, ne. So, ähm. Döööö. Ah, okay. Jetzt muss ich nämlich in die Wartelager der Docks. So. Ähm. Das Problem war nämlich, wie ich anscheinend gelesen habe, man darf nicht die Station verlassen oder Mission zwischendurch machen. Ähm. Weil dann gehen diese Törmels nämlich aus. Leider ein Bug, der mal auftritt. Bao, Olun leistet für die Hana Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hana ohne Namen, der kürzlich von KJ hier. Ähm. Gute Idee. Viele Neuankömmlinge dürfte es nicht gegeben haben. Diese Spezies ist ein wenig fremdenfeindlich. Fremdenfeindlich. Ich kann auch einen höflicheren Begriff verwenden, wenn Ihnen das lieber ist. Privat? Zurückgezogen? Es war nur etwas deutlicher, als ich erwartet hatte. Aber ich habe ein wenig gesagt. Mhm. Ja, dann reden wir doch mal mit ihm. Oder ist das richtig? Ja. Ach. Nee, 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 nee. Alles super, alles super. Jetzt muss ich nach da hinten. Gottes Willen. Ich hätte diese Mission so nie geschafft. Ja, ja. So, ähm. Irgendwo hier hinten ist ein Terminal noch. Da. Ich habe eine Liste der Hanan-Neuankömmlinge gebaut. Ich leite sie an sie weiter. Verdammt! Das sind alles Kontaktnamen. Ihr Hanan-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanan-Seelennamen sind privat. Sie stehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Hoffentlich. Wenn eine Hanan-Gruppe gegen den Krieg mit den Reapern ist, war mein Verdacht richtig. Mh-Hm. So. Äh, ist wieder zurück. Aha, aha. Aha, höchstinteressend. Ah. So, ach, guck mal. Bau, hier ist die Korrespondenz. Falls irgendwelche Seelennamen erwähnt werden... Hab's schon. Ein Neuankömmling. Zymandis, Seelenname? Betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entpflanzen. Er gehörte zu dem Allianz-Team, das die Batarianer massakriert hat und hat seitdem einen besonderen Forschungsauftrag. Er hat also seine Tentakel nach irgendeiner Reaper-Tech ausgesucht. Sieht so aus. Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für sein Büro. Wir treffen uns dort. Okay. So, jetzt soll ich noch ein bisschen die Botschaften. So. Ja, es ist alles hier kompliziert. Vielleicht. So. Sind wir hier richtig? Nein. Ähm. Hä? Da. Was? Oder müssen wir woanders damit reden? Ja? Ja. Zymandis? Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen. Aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Warum tun sie das? Warum versuchen sie den Reapern zu helfen? Wir haben aus geheimen Quellen Informationen über die Entflammten erhalten. Die Entflammten? Sie meinen die Proteaner? Ja. Wie Sie wissen, Commander Shepard, wurden aus den Proteanern die Kollektoren. Und die Kollektoren dienen den Reapern. Ach, das meinen sie nicht ernst. Daher müssen wir als treue Diener der Entflammten den Reapern ebenfalls dienen. Sie große, dumme Qualle. Die Indoktrination hat anscheinend seiner Denkfähigkeit schwer geschadet. Ihre Skepsis ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Die sind verhaftet wegen Hochvorrats. Sie sind wahnsinnig. Und wir lassen nicht zu, dass sie ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Und den habe ich gerade hochgeladen. Moment, ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Vergessen Sie mich! Stoppen Sie den Upload! Wiesst du, wäre weder eingegriffen, dann wäre blöd gewesen. Hm. Wusste ich nicht. Haben Sie es geschafft? Ja. Die Hanar sind jetzt sicher. Danke, Shepard. Es war mir eine Ehre. Und wer putzt jetzt? Ja, das ist unfassbar. Aha. So. Ähm. Ach Gott, das Wind. Das tue ich dir in die Nähe. Äh. Ähm. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Achso. Damit haben wir tatsächlich, äh, quasi alle, alle Sachen erfüllt, die wir, ähm, vor diesem, ähm, vor diesem kritischen Ereignis, sag ich mal, mehr sag ich nicht, ähm, noch machen müssen. Ankunft im Präsidium Unterhausen. So, ja, wo richtig. Ich liebe diese Musik hier, ne? Hallo, Bala. Ich hatte Pläne nach Hiru, nicht zurückzukehren. Aber die Geschäfte führen mich immer wieder hierher. Wenn man alles berücksichtigt, ist es vielleicht am besten so. Ähm. Sollte ich nicht ihm was bringen? Hm, hier gibt's Fische. Wir bei Kanala Export reden, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. Komm, wir kaufen noch mehr Fische. Ja, Fische für 3000. Sehr schön. Ich denke, ich werde mit dem Schluss machen. So, ähm, pö, dö, dö, dö. Das haben wir alles. Banning Beweise. Äh. Gut. Das haben wir alles. Ähm. 11 Minuten. Ich mach trotzdem Cut. Bis zur nächsten Folge. Und Tschüss. Du hast alles. Ich mache irgendwas. Ich lasse.